Hier, frisch gestimmt. Ist halb geworden. So. Ah, du hast es. A-Dur und dann D-Dur. Ja, so. Ja, und wie war der Text? Ja, der ist auch ganz blöd. Ich meine, mir gefällt er und den Max auch. Ja, wie war er denn? Äh, ja, so ungefähr, mitten auf der Autobahn steht seit Sonntagmorgen eine Kuh. Jeden, der vorbeikommt, ruft sie laut und freundlich etwas zu, so. Cool. Und dann habe ich halt so gerodelt, so bayerisch halt. Ja, ist doch schön. Da könnten wir was für Fasching machen. Oder wir hätten schon zwei Kinderlieder. Ja. Ja, lass es mal probieren, zusammen. Ja. Ja, Benni, ja. One, two, three, four. Mitten auf der Autobahn steht seit Sonntagmorgen eine Kuh. Jeden, der vorbeikommt, ruft sie laut und freundlich etwas zu. Haben wir schon gehabt. Holaridu, holaridö. Jetzt die zweite Strophe. Die Kuh hat keinen Führerschein, kein Fahrrad und auch nur noch einen Schuh. Sehr gut. Sie hat nur einen Regenschirm und alles, was sie sagen will, ist muh. Holaridu, holaridö. Und dann die dritte Strophe. Die Kuh macht muh. Und was machst du? Sollen wir es mal probieren? Ja, gut. Mach mal mit. Ja. Mitten auf der Autobahn steht seit Sonntagmorgen eine Kuh. Jeden, der vorbeikommt, ruft sie laut und freundlich etwas zu. Holaridu, holaridö. Holaridu, holaridö. Holaridu, holaridö. Holaridu, holaridö. Die Kuh hat keinen Führerschein, kein Fahrrad und auch nur noch einen Schuh. Sie hat nur einen Regenschirm und alles, was ich sagen will, ist muh. Egon. Egon. Mach mal das Radio laut! Hey. Was ist denn das für Musik? Wie kommen die aus dem Radio? Das ist der Benni mit seinen Freunden. Geh, sowas kennen doch die gar nicht. Du, ich hab Durstrecht. Die spielen aber noch! Oh! Sie singen doch auch! So freilig! Oh, la de oh! Oh, la de oh! Oh, la de oh! Nein! Ist es schön! Wir da hoher mal von uns, der Bier!